Hallo, 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 Herr Specht, ich habe einen neuen Rauchmelder gekauft. Möchten Sie ihn vielleicht einmal auschecken? Schauen Sie mal, schauen Sie mal, schauen Sie mal, schauen Sie mal, schauen Sie mal. Hi, ich bin Ben und ich zeige dir jetzt mal, wie ich mit Twix eine echt geile Homepage für mein Portfolio gemacht habe. Was ist los? Ach so, Sie meinen Wix.com, wo Sie eine richtig starke Website für Ihr Portfolio erstellt haben. Ne, Twix. Ach, Twix, ach so, sind das etwa zwei neue Twix-Sorten, die eigentlich gar nicht neu sind, aber die eine ist Limited mit Spekulatius-Gewürz und die andere ist Twix White. Ne, die eine ist um zu überzogen und das andere ist um Mantel. Ja, das eine ist um Mantel und das andere ist um Mantel mit der Schokolade. Mit der Schokolade, ja. Ja, gut, möchten wir das probieren vielleicht? Ja, natürlich, da bin ich gerne dabei. Ja, das ist hier eine Limited Edition. Limited, 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 Limited. Einfach Limited, was ist Limited? Ja, die gibt es nur einen begrenzten Zeitraum über. Ach so. Spekulatius-Gewürz. Das ist eine begrenzte Ausjabe. Genau, deswegen Limited. Ja, dann machen wir das mal auf. Ja, dann schauen wir doch mal. Ja, das ist natürlich... Wo da die Homepage drin sitzt. Ja, ja, das ist nämlich das rechte und das linke Twix. Beim linken wird die Schokolade umhüllt. Und beim rechten wird das ummantelt. Also das ist das linke und das ist das rechte. Ja, wo ist das jetzt der Unterschied? Na, beim einen wird die Schokolade umhüllt. Ja, ich sehe den Unterschied nicht. Na, das sind zwei unterschiedlich gleiche Riegel. Ach so. Na gut, dann nehme ich den ummantelten. Ja, dann... Prost. Oh, da macht tatsächlich viel Lebkuh. Mmmmm. 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 Schokoladenlebkuh. Mmmmm. Mmmmm. Und was ist das cremige da drin? Das cremige, das ist Karamell. Oh. Danke. Okay. So, schmeckt Karamell. Lecker. Knusperkeks mit Spekulatiusgewürz und Karamell. Umhüllt von Milchschokolade. Wie umhüllt? Ich dachte, ummantelt. Das ist das linke. Zwei linke Hände. Twix. Nee. Na ja. Ja, das schmeckt ganz gut. Schmeckt tatsächlich wie Spekulatius. Das kann man essen, ja. Und jetzt das weiße Twix. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr Limited, sondern das gibt es irgendwie immer. Standardmäßig habe ich das noch nie gesehen. Also steht zumindest auch nichts drauf von Limited. Von daher denke ich mal, dass das jetzt inzwischen Standard ist. So, da ich eher auf weiße Schokolade stehe, bin ich da ja mal ganz gespannt drauf. Ja, und das ist Knusperkeks mit zartem Karamell. Umhüllt von weißer Schokolade. Das ist auch nichts umhandelt. Nichts umhandelt. Da hat man uns scheinbar betrogen. Wo ist das rechte Twix? So, dann schauen wir doch mal, was das Twix macht. Ah, da fehlt eine Schokolade. Was ist denn da passiert? Aber bei beiden, was ist denn das? Tja. Das ist ja komisch. Sehr komisch. Haben wir wohl doch zwei linke Twix bekommen. Sieht wohl so aus. Nun denn. Nein, mein Twix ist schon beschädigt. Das ist sogar beschädigt. Oh nein. Wie kann das denn sein? Oh Mann. Du sollst. Äh. Mh, ist das pappig süß. Lecker. Mh. Ja, das schmeckt sehr angenehm. Sehr genehm, mein Herr. Meine Gnädigkeit. Ja, war gut. Irgendwie schmeckt es schon anders als das normale Twix. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ja, das waren zwei Twix-Sorten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao, Schnittschnapp und meine Alexa. Ja, die Alexa. In der Alexa-App. Alexa, beende mal das Video. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich dir die Kamera auskloppen? Die Schere weg. Die Schere weg. Die Schere weg von der Alexa. Die Schere weg. Ja, das war es auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.